Sie sind vertraut, bekannt aus der MDR-Serie in aller Freundschaft einer Krankenhausserie. Seit 2014 sind Sie Projektpartin für die German Doctors im westafrikanischen Land Sierra Leone und durch Ihre Krebserkrankungen, mit der Sie sehr offen umgehen, erleben Sie Krankheit, erleben Sie Krankenhäuser im eigenen Leben sehr persönlich, sehr direkt. Über all das wollen wir heute reden. Dieses Krankenhaus, Sierra Bu, ist ein großes Krankenhaus, ein altes, ein sehr bekanntes im Lande. Wie viel gibt es rundum überhaupt an anderen medizinischen Zentren? Was ist da? Das ist tatsächlich die einzige Anlaufstelle für 50.000 Patienten. Ich weiß nicht, ob die Zahlen richtig sind, aber ich meine, in ganz Sierra Leone gibt es 100 Ärzte und das war's. Und da kommen die German Doctors ins Spiel? Ja, da sind wir Nummer 98 und 99. Und man braucht Hilfe für diese Art von Hilfeleistung. Also die German Doctors brauchen Hilfe und da kommen Sie wieder ins Spiel, Frau Fitz, indem Sie die Arbeit der German Doctors bekannt machen auch. Es ist natürlich echt, ja, es ist ein, wie soll ich sagen, es ist aber ein hartes Brot, das bekannt zu machen. Also es ist mir wirklich so ein Anliegen zu sagen, Leute, wir haben ja auch, wir sterben auch privilegiert. Ja, das müsst ihr euch mal, also wie da gestorben wird, das ist auch nicht schön. Es ist natürlich auch ein Krepieren oft, ja, weil da gibt's keine Palliativmedizin, ja, da gibt's kein, da wird so ein Brustkrebs von A bis Z durchlebt mit allem, was das mit sich bringt, mit Schmerzen, mit Siegtum und das muss man da in der Hitze in irgendeiner ganz simplen Hütte durchhalten, durchziehen. Ja, auch da sind wir so privilegiert, deswegen, ich finde, wir müssen was abgeben davon. Abgeben heißt, nicht große Summen abgeben. Was kann man mit einer kleinen Summe, vielleicht können Sie beide mal illustrieren, was man mit einer kleinen Summe Geldes schon erreichen kann? Das weiß Anne besser als ich, aber eher so zum Beispiel ein Moskitonetz, was wirklich unglaublich hilfreich ist. Das kostet, ich weiß nicht, fünf Euro, also fünf Euro oder sowas. Und es gibt auch, ja, man braucht ja auch Verbandszeug und so weiter, aber es ist, ich meine, die Masse macht das ja auch. Auch Kleinstspenden werden irgendwann 100 Euro und dann hat man schon, ich weiß nicht was, eine OP zusammen oder eine Anästhesie. Können Sie das beziffern, Frau Witte? Also, was ich nun ganz genau weiß, ist, weil mich das damals so letztes Jahr sehr beschäftigt hat. Das war so ein kleiner, fünfjähriger Junge, Mansu werde ich niemals in meinem Leben vergessen. Der ist beschnitten worden und kam dann zwei Tage später in das Krankenhaus und hat dann relativ schnell eine Tetanusinfektion, also Wunschteilkrampf entwickelt. Natürlich konnten wir dieses Kind mit Antibiotika behandeln, aber in diesem ganzen Land gab es kein, sagen wir mal, Notfallmedikament für das Tetanus, was diesen Jungen das Leben gerettet hätte. Der hat dann halt eben innerhalb drei Tage immer wieder diese Wunschteilkrämpfe bekommen und Sie können sich das vorstellen, Badenkrämpfe, kennen Sie vielleicht auch, ist unangenehm. Ein Wunschteilkampfkind kampft so doll, dass die Wirbelkörper brechen können, ja, und dann guckt man dazu und kann nichts machen als Arzt. Und das war eigentlich so schrecklich, dass ich dann, als ich zurückkam, gesagt habe, ich werde versuchen, Tetanusimpfstoff, also den Akutimpfstoff zu bekommen und den irgendwie nach Sierra Leone hinzukriegen. Und genau das haben wir gemacht und das war zum Beispiel eine Tetanusgabe, Akutgabe, sind 24 Euro. Es sind wirklich, wie Gieke schon gesagt hat, kleine Summen, wo man mit Leben retten kann. Frau Fitz, wenn Sie zurückschauen auf die bisherige Tätigkeit als Projektpartin für die German Doctors, was bleibt für Sie als das Entscheidende, an dem Sie Anteil haben konnten? Ich bin einfach beglückt, so eine gute Organisation gefunden zu haben. Ich war ja da wirklich nur ein kurzer Zaungast, aber das ist einfach irre schön zu sehen, wie Sie wirklich versuchen, diese Strukturen, die da sind und diese tollen Menschen, die sehr willig sind, auf die Spur zu bringen. Das heißt, sie irgendwann gehen zu lassen, jetzt einen Support zu leisten, einen sehr intensiven, aber zu sagen, wisst ihr, wir wollen, dass ihr das alleine packt. Und das ist so wichtig, sich zurückzuziehen und nicht als der große Erlöser zu kommen, der aber ständig mit der Nabelschnur das Ganze weiter nähert, sondern erklärtermaßen, wie gute Eltern sind wir, geben euch jeglichen Support, aber irgendwann sollt ihr alleine laufen. Ja, das ist einfach toll. Ein schönes Schlusswort. Wir brauchen weiterhin viel Geld, woher auch immer es kommt. Hendrikje Fitz, Anne-Kathrin Witte, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.